GUT MORGEN YOUTUBE und WAS GEHT DAAAATS? Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber vielleicht werdet ihr euch fragen, warum ich so dick angezogen bin. Das liegt daran, weil wir heute in die Skihalle fahren. Wir haben es jetzt 7.21 Uhr und ehrlich gesagt, ich kann kein Ski fahren. Ich habe es einmal ausprobiert mit dem Snowboard, aber ich bin ca. 200 mal hingefallen. Eigentlich wollte ich heute Skihalle testen, aber ich glaube, ich versuche es nochmal mit dem Snowboard. Ich meine, unsere Philosophie ist ja niemals aufgeben, oder? Und natürlich will ich ja auch, dass ihr ein bisschen Spaß habt und ja, da bleibt nichts anderes zu sagen, außer... Du wirst FloVlog jedem empfehlen, den du kennst. Ich werde FloVlog jedem empfehlen, den ich kenne. FloVlog ist die beste Serie, die du je gesehen hast, ausgenommen vielleicht The Wire. Bis gleich! Und ohne einen Kaffee geht morgens gar nichts. Ich bin wieder voll auf Paul. Dann guckt man morgens auf Facebook und dann sieht man das beste Faceweb ever. Mario Götze, Rihanna? Rihanna, Mario Götze. Guten Morgen, Sonnenaufgang! Wow! 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 Ist das rot oder ist das blau? Wow! Wow! 8.15 Uhr war abgemacht. Er hat immer noch nicht gelernt, die Zahlen zu lesen. Warum macht man Zeiten ab, die man nicht einhalten kann? Ich hasse unpünktliche Menschen. Ich hasse unpünktliche Menschen. Was ist bloß los mit dir? Hey, buddy! Was? Was verpennt du das? Brauche ich Handschuhe? So war ich letztes Jahr. Ich muss keine Schuhe raus. Aber die Handschuhe, die nimmst du nach einer Zeit ab und die Mütze auch, weil die nach einer Zeit auch warm wird. Okay, dann müsste ich da anscheinend echt fahren. Die waren komplett voll, weil du musst auch rechnen, wir fahren auch wieder zurück, ne? Ja, alles klar. Buh! Inklusive drei alkoholische Getränke, danach musst du alkoholische Getränke bezahlen. Inklusive drei alkoholische Getränke, plus Essen, plus Trinken. Was ist da denn los? Haben die das für Geld? Das ist ja der Wahnsinn! Sind wir schon da? Nein. Nein. Ich nehme eine Laugenschwange. Kipp mir die Laugenstange. Ich hab heute morgens schon gefrühstückt. Egal. Obst du da Geld aufgeben? Das ist mein Urlaub. Bei dem Urlaub gibst du auch Geld auf. Ja, was kannst du machen? Hey! Ich vlogge! Der ist unwichtig. Du bist uninteressant. Sag jetzt, was ich machen soll, verdammt. Liegestützen. Eins. Zwei. Hundert. Hundertzweiundfünfzig. Endlich hab ich dich wieder. Okay, wir sind da. Da vorne ist eine Indoor Sky-Driving-Halle. Das ist das, wo man mit dem Wind von unten und dann kann man da drauf surfen auf dem Wind. Wir müssen aber da oben in die Skihalle, die man jetzt nicht sehen kann. Das ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Ich frag mich die ganze Zeit, ob bei Kunstschnee, ob der auch feucht wird. Und wir gehen da von draußen in der Faktik. I'm a nurse man. Sieht aus wie eine Kneipe. Wollen wir gleich sehen, wie das funktioniert. Ah, ein UFO. UFO. Oh. Damn, it feels good to be a gangsta. Da hast uns eigentlich nie mal bauen. Komm und spiel mit ihr. Seid ich schon so lang nicht mehr. Vermiss dich sehr. Was ist bloß los mit dir? Oh. Dann müssen wir uns ein bisschen anstellen. Hast du Schlange. Ey Michi. Das wird heute bestimmt. Die hätten stark. Ne. Ha. Wir haben einen Kurs gemacht. Ich nicht. Was hast du dir da geholt? Currywurst. Dann hier diese Fleischknöte für die Nudeln. Und Rackgartenwurst. Hier gibt es alles. Kohnensalat. Kartoffeln. Vegetarisch gibt es auch. Irgendwie so eine Soße. Aber nur. Reis. Bier. Alkohol. Alles umsonst. Ich hab ja keine Handschuhe gehabt. Und ich hab Snowraut. Und dann hab ich in den. Hab ich in den. Schi. Hab ich in den Schnee gegriffen. Es war so eiskalt. Ich musste mir Handschuhe kaufen. Das ging nicht anders. Äh. Da hättest du mir auch gesagt. Hast du Handschuhe? Ja. Anziehen. Die Fehler macht man aber nur einmal. Das ist so schönes Essen. Wow. Wow. Alles im Griff. Alles im Griff. Alles im Griff. Alles im Griff. Dein zweites. Und bist du befriedigt? Nee. Ich hab gerne noch ein Bruder. Kannste hier alles nehmen. Ich glaub ich mal ne Mischung. Cola. Fanta. Sprite. Cola Light. Lift. Wasser. Das schmeckt. Vierte Glas. Das erzähl ich deiner Mama, dass du so viel Cola trinkst. Ein Board kostet 250. Das hier 400. Hier 250 kosten die. 250? Kein Problem. Eigentlich möchte ich nur die Schuhe haben. Uuuuh. Schließen sie die Skipiste. Weißt du? Weißt du? Weiß es gar nicht ey. Stand auf der Homepage. Aber wir müssen uns dann schließen die das. Und dann kannst du nur noch essen und saufen. Und nach grabiert Teile halten. Das ist ja auch wo die noch wieder Geld verdienen. Guck mal hier. Den Sonnenmal Rudelrad fährst. 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 Nein. Warum geht das Laufband nicht? Und warum läuft hier Holzmichel? Warum? Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Zuhause fahren. Ich fahre. Kannst du gucken können. Bin ich glaube ich hier. Wow. Einmal zwei Minuten zahlst du glaube ich irgendwie 100 Euro oder so. Wir sehen uns gleich im Auto. Bis gleich. Ich bin wieder zuhause. Hey. Hallo Luna. Ich bin wieder zuhause. So. Das war ein langer aber cooler Tag. Und demnächst werden wir irgendwas machen. Auf jeden Fall liked das Video unten mit dem Daumen nach oben. Abonniert den Channel. Wir sehen uns bald. Haut rein. und. Das war es nicht so.